Also das Porsche Projekt stellte für uns schon eine große Herausforderung dar. Im ersten Film wollten wir eigentlich zeigen die Leidenschaft, die mit dieser Marke verbunden ist und im zweiten Film wollten wir zeigen, dass Porsche immer eine Lösung parat hat. Es gibt kein zweites Medium, das so emotional, persönlich und individuell einsetzbar ist wie der Film. Jeder Klient ist mit uns gerade von Anfang an engagiert. Das bedeutet, dass wir lernen, was es ist, was Sie wollen. Aber wir zeigen Ihnen und zeigen Ihnen, was wirklich mit dem Video funktioniert. Aus einem technischen Element haben diese Filme wirklich gezeigt, was wir in jeder Situation machen können. Und wir freuen uns natürlich jetzt schon auf unser nächstes Projekt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.